Ich klingel bei fremden Leuten, um zu fragen, ob ich einen BNX-Trick auf ihren Dach machen kann, Part 2. Und Karin von der Firma Ahead hat mich dann hochgelassen und mir die Chance dazugegeben. Und ich stellte mich den anderen Mitarbeiterinnen vor, die hatten sogar ein eigenes Gym im Büro drin. Und plötzlich stand der Chef vor mir. Was ist denn los? Das ist Chris, der will auf dem Dach einen Trick für seine Community machen. Und wie willst du das Fahre hochbekommen? Das ist eine gute Frage. Ich habe eine Idee. Na, da bin ich mal gespannt. Seid ihr auch so neugierig wie ich, um zu sehen, wie von ganz oben die Aussicht aussieht? Und der Chef persönlich hat schon alles abgemessen, um zu sehen, ob mein Rad durch die Käfigsleiter passt. Aber Leute, ich hätte schwören können, dass ich da hochkomme. Und was sagt der Chef? Sag, das geht nicht. Ich habe noch eine Idee. Sie verknottet meinen Lenker mit dem Maßband? Schreibt mal bitte alle in die Kommentare rein, wie ihr mein BMX-Rad da oben aufs Dach bekommen würdet.